Blackbit ist eine Internetagentur, spezialisiert auf E-Commerce. Das heißt, ganz einfach gesagt, wir helfen Unternehmen, die einen Online-Shop betreiben, dabei erfolgreich online zu verkaufen. Akaneo ist ein Open-Source-PIM-Anbieter. Wir bieten also eine Lösung für das Produktinformationsmanagement an als Softwarehersteller im Sinne eines Best-of-Breed-Systems in der Open-Source-Welt. Der Beginn unserer gemeinsamen und vor allem erfolgreichen Partnerschaft liegt mittlerweile über fünf Jahre zurück. Und genau so lange gibt es unser Office in Düsseldorf schon. Man kann also sagen, dass Blackbit Partner der ersten Stunde ist. Und durch zahlreiche Projekte hat sich Blackbit innerhalb von wenigen Jahren von einem Bronze-Partner über den Silber-Partner-Status bis hin zum Gold-Partner entwickelt. Wir waren damals mit unserem Kunden Kömpf auf der Suche nach einem PIM, haben uns auch verschiedene Systeme angeschaut, aber so richtig überzeugt waren wir von keinem. Wir sind dann auf Akaneo gestoßen und konnten das in einem Projekt sehr erfolgreich einführen. Dann dachten wir, super, das kann noch bei uns auch gut reinpassen. Also an Akaneo gefällt mir gut, dass wir damit unsere Kunden glücklich machen, weil das System einfach sehr leicht zu bedienen ist für den Anwender. Und zum anderen gefällt mir sehr gut, dass die Zusammenarbeit von Beginn an super auf Augenhöhe erfolgt ist und einfach Spaß macht. Wir, die Kömpf Online-Shops mit unserem Hauptjob Kömpf24 versuchen ja innovativ zu sein. Von daher war für uns das ist eine große Herausforderung und spannendes Projekt der erste Flagbit Akaneo Anwender zu sein und das Projekt ist sehr gut gelaufen. Die Datenimporte sind einfacher geworden und wir konnten in der Folge unser Sortiment vergrößern. Flagbit hat in den vergangenen fünf Jahren in etlichen Projekten bewiesen, dass sie Kunden verstehen, Bedürfe entsprechend begreifen und mit Hilfe der Technologie, die wir liefern, Lösungen schaffen. Und ich glaube, das wird weitergehen. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Menge gemeinsamer erfolgreicher Projekte realisieren. Wir als Akaneo wissen, dass wir mit Flagbit einen verlässlichen Partner haben, der Projekte zum Erfolg bringt, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir diese Erfolgsgeschichte genauso weiterschreiben werden. Flagbit hat uns in der ganzen Zeit hervorragend betreut, fachlich kompetent und hat uns immer wieder auch heute noch wertvolle Tipps und Tricks gegeben. Ja, liebe Flagbit, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für fünf unfassbar coole Jahre mit tollen Projekten, großartigen Extensions, die ihr für unsere Software gebaut habt. Es macht Spaß mit euch auf menschlicher Ebene, es macht Spaß mit euch auf professioneller Ebene. Und ja, dank euch liebe ich meinen Job und freue mich auf die nächsten Projekte, Wochen, Monate und natürlich Events. Eine Partnerschaft, die muss einfach funktionieren und da haben wir festgestellt, dass das mit Akaneo funktioniert, dass das bereichernd ist, dass das richtig Spaß macht und an der Stelle auch einfach mal danke Akaneo, dass wir euer Partner sein dürfen und wir freuen uns und hoffen, dass wir noch ganz viele Jahre so gut zusammenarbeiten, wie wir das im Moment machen. Vielen Dank für fünf tolle Jahre Akaneo Partnerschaft. Wir freuen uns auf die Zukunft. Richtig. 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 Richtig.